So, nächstes Part. Scheibe. Dazu fehlt noch Grünglanzfragment. Haltender Scharfschussbogen. Der ist aber auch blau. Besser Waffenstatistiken. Den kann ich auf 4 upgraden. Den 5. Brauche ich aber alles nicht wirklich. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt will ich mal gucken. Ich denke, er hat den geupgradet. Warum kann ich den nicht? Die eine Spule ist noch nicht frei ernsthaft. Oder war das 36, 46, 41, 51. Der hat jetzt verschiedene Muni, ne? Schneidender Jägerbogen. Ich will mal gucken, ob der vielleicht irgendwas bringt, wenn ich den verbessere. Der ist 4. Schneidender Jägerbogen ist auch auf Stufe 3. Beide sind auf Stufe 3. Okay. Okay. Meine Vorteile, steilte Spulenplatz bei verbesserte Waffenstatistik. Ja, nee. Nee, sieht eigentlich so weit. Ich bin mit meinem Outfit zufrieden. Das ist jetzt... Warte mal. Fortgeschrittene Jägerpfeile. Gut. Müll gefällt mir. Ich glaube, der Bogen würde ich jetzt erstmal behalten, solange ich noch keinen Besseren finde. Lagerfeuer, 128 Meter, 115. Grün-Glanz-Platte. Wo ist das denn für... Wo ist das denn für... Das ist denn für... Was ist das? Keine Ahnung wer der jetzt mein Fein ist und wer nicht. Ich hab den gegen die Maschinen geholfen und lappen. Null. Null. Der Schmerz lässt nach. Knödel. Null. 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 Okay verstehe. Null. 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 So, die Frage ist jetzt, wenn der in ein paar Metern da ist, wo sind dann die? Wenn sie auch einfach alle platt machen. Wenn wir das intelligent machen, haben wir sogar was zu tun. So, den weg. Den weg. Komm raus. So, ist doch schon mal super. Ich hatte zu gern Hekaros Gesicht gesehen, als wir den Steinbrecher vor ihm gesprengt haben. Die sind aber gut begüttet, muss ich sagen. Level 35 ist ja schon fast mein. Ist ja schon fast mein Niveau. Okay, das war ein Donnerkiefer. Der kommt aber nicht so weit. Das wäre cool, wenn wir den aber hier rein locken könnte. als wäre gegen die Rebellen so gemein. Hallo. ja also ich mag den schuss aber das ist natürlich in version also vergessen bin ja schon längst weg wird so nix ja 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 Ach, Quatsch. Ich zeige dir ein Gesicht und dann zeige ich dir, dass ich mich nicht verstecke. Au! Wie gemein! Ich zeige dir ein Gesicht und dann zeige ich dir, dass ich mich nicht verstecke. Ich zeige dir ein Gesicht und dann zeige ich dir, dass ich mich nicht verstecke. Ich zeige dir, dass ich mich nicht verstecke. Ich zeige dir, dass ich mich nicht verstecke. Ich bin hier näher, als du glaubst. Komm schon, Aloy. Viel dürfte ich dir nicht mehr anhaben. Das ist so, wie wir die durchgekloppt haben. Easy. Hä? Willst du da rein? Oh, schön. Ja, es ist arschkalt, Leute, aktuell. Es ist sehr, sehr kalt. Wolltest du nicht irgendwas mit Schloss suchen? Wahrscheinlich hier irgendwo. Wunderbar. 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 Irgendwo? Wie ist der da hochgekommen? Bei aller Liebe! Eine Verwendung für den Schlüssel. Ja, aber wo? Ich habe hier nichts gesehen. Ja, okay. Ja, jetzt. Natürlich. Mach das. So, das lief doch gut, wie? Weiß nicht, ob ich den Partyaktor ein bisschen kürzer machen soll. Samen der Vergangenheit. Was haben wir hier? In Zeiten der Gerechtigkeit. Verlang nach Liss. Wissen. Fallen. Mit Stil. Klingt, als wäre ein Langhals in der Nähe. Wahrscheinlich der, von dem ich gehört habe. Ah, okay. Ich will zweifeln. Meine Frage ist nur, wo ist der? Da. Ich will zweifeln. Das war alles, was ich habe getrunken. Kriegen wir hin. Die machen es einem echt nicht schwer, ne? Äh, leicht, entschuldigung. Die machen es einem echt schwer, ne? 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 Das ist schon ein paar Jahre. Nicht hier hoch. Das stehe ich jetzt nicht. Die machen es einem echt schwer, ne? Ah. Ich muss es anders versuchen. Ich muss es machen. Die machen es einem echt schwer, ne? Ich muss halt hoch zu diesem Möchtigen Affen. Au! Keine Tricksack, ne? Dieser kleine Lümmel. Naja, da kommen wir so nicht hoch. Also den machen wir noch. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal irgendwie hoch. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich klau, aber ich weiß so halbwegs wie. Komm ich nur runter. Ich brauche ich jetzt die Lümmel. Irritiert ein bisschen, weil ich immer noch nicht genau weiß, was das Spiel jetzt von mir will. Bin ich jetzt noch im Kampf oder nicht? Und wie komme ich denn zum Fick hier hoch? Hier ist noch nichts. Irgendwie muss man doch hier hochkommen. Ah! Ah! Eh! Muss ich echt von da oben hoch gleiten? Haben die echt so weit gedacht? Das ist weird. Ne, da muss ich höher. So gut ist meine Gleitfähigkeit auch nicht. So gut ist meine Gleitfähigkeit. Ja. Hahaha. Hahaha. Natürlich. Natürlich. Das ist Assi, ey. So asozial. Hätte ich echt nicht eingeschätzt. So ein Dark Souls Niveau. Oh. No. Oh. jetzt muss ich nur ruhig auf diesen scheiß langen Hals kommen das hätte ich mir aber ja wohl nicht denken können so ich muss auf jeden fall so weit hoch ich kann oh komm schon ernsthaft deswegen ist sowas immer behindert oh der player kann runterfallen okay dann muss er ganz von außen wieder lang gehen ekelhaft ekelhaft deswegen fand ich eins besser da war noch liebe dabei und nicht einfach nur zeig was wir können und fick dich du kommst halt auch nicht wirklich hoch ne mages gibt es hier noch eine höhere plattform komm schon nie hoch sie haben dran gedacht sie haben dran gedacht was für den fall dass ich runter falle wenigstens daran haben sie gedacht bei den passagen die ich jetzt gesehen habe hätte ich sie zugetraut hier müsste ich eigentlich gut rankommen das ist aber auch nicht schlecht natürlich hauptsache bloß nicht erreichen ne ich will nach oben springen gut sei dank wunderbar wunderbar Können wir jetzt auch wieder runter? Komm schon, das Upsell war immer cool. Boah. Eklig. War nicht schön. So, ich gehe jetzt speichern, weil es schickt. Ich weiß nicht. Irgendwie haben sie das Spiel nicht so gebaut, dass man das längere Zeit spielt. Ich weiß nicht. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen unangenehmer an. Na ja, Leute. Macht's gut, ne? Bis zum nächsten Part. Tschüss.